Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal und heute habe ich für euch von Magnum die Wicked Warlord eine richtig schöne 30 Schussbatterie mit einer NEM von 500 Gramm gekauft bei Knallköppel für 19,99 Euro unschlagbarer Preis richtig schöne Cake bin ich sehr gespannt drauf eine NEM haben wir hier von wie gesagt 487 Gramm selbstverständlich in F2 und ja Leute dann würde ich sagen zünden wir die jetzt und schauen wir mal wie die ist ich wünsche euch ganz viel Spaß weiter geht's mit der Wicked Warlord von Magnum so anziehen schnur freilegen Batterie sichern zack 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 abfahrt Alter für 20 Euro absolut krass Michael Sure Das movements bei